Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu New York Mystery 3 Bonus Kapitel. Wir sind jetzt unter der Kirche in den Katakomben und wir haben schon Melissa schreien gehört. Okay, hier scheint irgendeine runde Form zu fehlen. Da können wir noch nichts machen. Hier liegt irgendein Hinweis, wie die Skulpturen stehen müssen, was sie für Gegenstände haben. Das heißt, ich bereite etwas, womit ich es halten kann. Haben wir noch nicht aktuell. Hier? Hier kommen auch irgendwelche runden Platten da rein. Sieht so aus, als müsste ich etwas in die Schalen gießen, aber was? Coca-Cola Kirsche am besten. So. Da finden, wie gesagt, die Gegenstände, da haben wir die noch nicht. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Ja, mit was denn? Ja, komm. So, jetzt muss ich die Tür verschließen. Ja, mit was? Gib mir mal einen Hinweis, bitte. Naja, wahrscheinlich mit dem Stock hier. Ja. 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 Das ist etwas ungewöhnliches zu mir passiert. Meine Familie-Medallion hat angefangen. Wow, schau mal an das. Meine auch. Ich würde gerne diese Tür inspeisen. An dem Pfeil. Gleich mit dem Säbel. So, was ist hier? Pfeil, Pfeilspitzen, okay. Lass mal schauen, wer ist das hier? Nee. Okay, die wir uns wahrscheinlich merken sollten. Der kommt nicht so schnell raus. Dann gehen wir mal hier rüber. Wo ist dieses Symbol? Das müsste jetzt... Ah, da hinten. Drei Stück noch, Freunde. Drei Stück. So, was haben wir hier? Da haben wir eine Eisenbahn. Okay. Da haben wir noch eine Schale. Mehr brauchen wir hier anscheinend nicht. Blei, Arsen, Eichenrinde, Edelstein, okay. Schwefel, Kupfer, Trauben, Alkohol. Schau, das zeigt eine Art Prozess. Wie eine Aktivierung der preisierten Steine. Es scheint, dass diese mysteriöse Tür nicht ohne ihn eröffnet werden kann. Okay. Das Zeitbuch. Ich muss den Schlüssel rausholen. Gleich mit einem Messer. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. Okay. Haben wir... Archäologenkelle. Hier war eine Art Schild. Das haben wir leider nicht. Oder doch? Nö. Okay. Dann fehlt uns das noch. Sonst ist hier nichts mehr. Aber schön dekoriert alles hier. So, Karte. Wo müssen wir denn hin? Wir sind schon richtig. Okay. Hm. Wer hatte... Hatte jemand von denen ein Buch? Ja, der mit den komischen... Der hier. Der hatte ein Buch. Hm. Was könnte ich jetzt noch machen? Hier habe ich das. Aber der Schlüssel scheint ganz speziell zu sein. Zeichne alle Linien über die Zahlen, sodass die Summe der Zahlen fünfte ergibt. Markiere alle Zahlen in dieser Weise. Die mit ihren Mathematik Scheißrätsel. Entschuldigung. So, Freunde. Und noch die letzte Zahl. Bam. Und Sesam öffne dich. Und jetzt mal das Symbol wiederfinden. Da haben wir es. Noch zwei Stück. Da haben wir Münzen. Kann ich ihn irgendwie rausheben damit. Hier haben wir ein... Was? Ein Azur-Malachid. Was sonst noch hier was? Hier auf den Tisch was? Okay. Seltsame Erklärung. Nimm mal einfach mal mit. Was haben wir auf Schwefel. Ach, und hier gehört das Ganze rein. Verstehe. Brauchen wir noch die drei Schalen. Für uns fehlt noch eine. Ah, den Hinweis haben wir schon mal gesehen. Da fehlen ihm die Augen, oder? Sei das im Mund einer Rückstelle von Flüssigfeuer sind. Wie viel? Flüssigfeuer. Hm. Wo müssen wir hin? Da wieder. Ja, einer von denen hatte ein Gewicht. Ich vermute mal er hier, oder? Sieht so aus, als ob ein Stück Startwolf fehlt. Auch immer noch was. Fehlt da immer noch was, okay. Was sind wir denn hier? Ach, der... Was hat der da in der Hand? Ich glaube jetzt nicht, dass es die komische Kugel ist, die wir jetzt da abgebrochen haben, oder? Nö. Aber wir müssen hier was machen. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Obwohl, wir haben das andere schon geöffnet. Sollen wir mal anders hinsetzen? Einen Moment. Da brauche ich einen kleinen Hinweis. Ach, wie, was? Ach so, stimmt ja. Wir haben hier einen Pfeil. So, dann haben wir das. Wir müssen hier immer noch was machen. Hm. Vielleicht Schwefel hier rein? Nö. Malachit? Nö. Hm. Ja, bei ihm fehlt aber auch noch was. Also das ist es schon mal nicht. Haben wir da irgendwas dabei, was er nehmen könnte? Nö. Ich brauche schon wieder einen Hinweis. Ach so, wir brauchen hier was, um das hier mit zu transportieren. Stimmt ja. Flüssiges Feuer. Ah, ja. Genau. Warte. Flüssig Feuer. Kann er hier. Prost. Prost. Brauche ich bloß das Buch hier wieder. Also fein nach oben. Vier Kreis Mond. Das müsste eigentlich einfach sein. Hier. Wo ist die vier? Da kommt der Kreis hin. Fertig. Und ein weiterer Geheimraum. Da ist das Impuls schon mal. Noch eins und dann haben wir alles. So, was haben wir denn hier? Ein Wimmelbild. So. Wir haben das Gift. Stösel und Mörser. Immer noch. Blauer Pilz. Das gehört sich aus Monster Hunter. Daraus kann man... Boah, was kann man da machen? Mit Taubung ist irgendetwas. Ist schon zu lange her, wo ich Monster Hunter gespielt habe. Kann ich irgendwas nehmen? Ah ja, hier die Ahle wahrscheinlich. So, da haben wir den Rubin. Esslöffel. Versaidschädel. Versaidschädel. Ingwerwurzel. Klangenkopf. Herze. Da haben wir den Knochen. So. Versaidschädel. Alles klar. Versaidschädel. Das nehmen wir mit. Auch mit. Das nehmen wir auch mit. Und hier macht man das Ganze. Das Design ist ähnlich wie das, was auf den Sto- und Aktivation-Instruktionen war. Was muss ich hier machen? Ja, hab ich doch gemacht. Wissen wir nicht eigentlich verkohlen? Achso. 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 Irgendwo das hier rein? Keine Ahnung. Ich glaube, das Blei müssen wir noch zerschmelzen, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Rauben, Hüpfer, Schwefel. Den Eichengrinde. Haben wir das schon mal drin? Genau, wo wir hier sind, müssen wir noch was machen. Aber hier kann ich nichts mehr machen. Da oben könnte ich noch was machen. Oh, hier teilen wir das Bild des Symbols an. In der richtigen Position sind wir wiederhergestellt. Hä? Ja, wenn ich wüsste, welches... Achso. Richtig? Ne. Ah, sowas gemeint. Okay. Hier haben wir Arsen. Hier haben wir Kofferpulver. Das kommt aber auch hier irgendwo rein. Und da der Schädellein? Nö. Ja, irgendwie müssen wir doch die zerkleinern, die Sachen, oder? Meine Kupfer haben wir, Schwefel haben wir auch. Eichenrinder haben wir auch. Arsen haben wir auch. Aber wie mache ich Blei da rein und Traubenalkohol? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Hm. Da kann ich nichts mehr mitnehmen. Warte mal, hat der irgendjemand einen Schädel? Ach, der hier hat jemand... Genau. Das war der hier. Der hat den Schädel in der Hand. Gut. Habe ich noch irgendwas dabei? Das Hammer. Das Hammer. Das Hammer. Das fehlt. Ah, warte mal. Ich habe doch so eine... So eine komische Schriftrolle. Okay. Die eignete Anleitung. Liegerung. Die eignete Legierung. Die eignete Schneiden gegossen werden. Hat mir nicht noch eine Erklärung oder so? Hm. Hier war doch was noch, oder? Ich sollte es so darstellen. Richtig Planeten mit Hilfe der Schalter zu dem Planeten entsprechen in dem Hinweis in die richtige Position. Ich hoffe, das ist richtig so. Ich hoffe, da drehen sich die Planeten mit. Ach so, da drehen sich die Planeten mit. Entschuldigung für den Husten. Ich hoffe, das ist richtig. Oh, Mann. Tschüss. Tschüss. Du, du, du... noch mal drehen die erd ich glaube die mit den leuten auf der erde wird schlecht was gegen wir den stein die stufen stellt sind da gibt nichts oder was stein kommt hier oben in die mitte oder ja was fehlt uns denn noch wie gleich den bleib zu klein machen ein labor nichts keine schmelze oder sowas nochmal kann ich den stein hier platzieren er fehlt aber immer noch ein paar zutaten ach das sind platten ok also soll ich jetzt wieder nach oben verstehe hallo again i have another unusual request this time i need grape alcohol and we have grape alcohol as well but i'll give it to you only in exchange for some rare item or a gem ja hier bitte a decent stone take this key and look for alcohol either on the hanging cabinet or in the basement it must be there somewhere ich glaube die hat auch irgendwie ich hätte ja auch den das gold die gold stücke gegeben ganz ehrlich den statuel ich habe eine komplette schale ja hier kriegst du dein geld irgendwas muss doch hier glitzern ich brauche einen tipp ich weiß nicht was ich anklicken soll ok ich kann hier bei ihr hier weiter runter ok aber hier ist kein symbol oder nur mal durchgucken hier ich meine müsste auf der karte hier angezeigt werden nee nicht so meine freunde ich würde aber mal sagen wir machen mal hier ende mit der folge der prof und bonus kapitel und dann sage ich mal bis zum nächsten mal da natürlich d